Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, das macht man glaube ich zum ersten Mal mit 50 als Mann, dann habe ich also mehr richtig gemacht als falsch gemacht. Dann habe ich Dinge erreicht, die ich nie geträumt habe, sie zu erreichen. Mein Leben ist Wahnsinn. Seit über 30 Jahren lebe ich öffentlich, dafür zahlt man einen Preis. Ich war noch nie euer Boris, noch nie. Ich war immer bei mir. Ich war selbst mit 50,000 Euro sehr gut gegangen. Ich war erst mit den Schreisen und Zettel. Ich war erst mit zum ersten Mal mit einem Schreisen der Mannschaft. Ich war erst mit die Mengen. Untertitelung des ZDF, 2020